Musik Sehr geehrte Damen und Herren, heute empfehle ich Ihnen ein super super Sonderangebot von Spionreisen. Spaziergänge zu den Geheimdiensten. Am Samstag, den 19. Juli, beginnt der Auftakt der exklusiven Spaziergänge. In Schöningen bei Helmstedt erhalten Sie die Möglichkeit, sich die BND-Station genauer anzuschauen. Bei gutem Wetter lädt die herrliche Landschaft hinter dem Golfplatz zum Picknick und Plausche ein. Vergessen Sie nicht Ihre Ferngläser, denn bei genauer Beobachtung können Sie vielleicht einen Geheimdienstler bei seiner Arbeit beobachten. Am Samstag, den 26. Juli, sind weitere Spaziergänge geplant. Im Süden der Bundesrepublik können Sie das Außengehege der Kaserne in Bad Aibling besichtigen. Die Mankfallkaserne wird zürzt nicht nur durch ihre auffallenden Abbaustationen, nein, sondern auch der US-amerikanische Baustil verleitet zu wunderschönen Panoramaaufnahmen. Seien Sie aber nicht enttäuscht, wenn Sie im Gehege die seltene Spezies US-Agenten nicht entdecken werden. Nach dem Abzug der US-Agenten wird diese Anlage von der eher zurückhaltenden Spezies der BND-Agenten genutzt. Wenn Sie zu den Tierfreunden der Gattung US-Agenten zählen, empfehlen wir Ihnen den Ausflug nach Griechsal, zum Daggerkomplex. Aufgrund der wöchentlichen Spaziergänge sind in diesem Gehege die US-Agenten sehr handsam. Sofern Ihnen kein Polizeitier zuvorkommt, können Sie manchmal sogar einen US-Agenten das Gehege beim Verlassen beobachten. Bitte beachten Sie aber das strikte Fütterungsverbot. In Köln-Chorwalde erhalten Sie erstmalig eine Führung zum Inlandsgeheimdienst, auch Bundesamt für Verfassungsschutz genannt. Über diese Gattung wurde noch nicht sehr viel berichtet und daher erhalten Sie bei diesem Spaziergang wahrscheinlich einmalige Eindrücke. Für einen abendlichen Ausklang sorgt der naheliegende Fühlinger See. Die Wiesenlandschaft lädt zum Grillen und Informationsaustausch ein. Sofern Sie lieber die Spezies Mensch der Gattung Ich-Habe-Nicht-zu-Verbergen beobachten möchten, laden wir Sie herzlich nach Hannover, Heidelberg, Leipzig, Lübeck und München ein. Buchen Sie noch heute Ihr einmaliges Erlebnis. Alle weiteren Informationen erhalten Sie natürlich auch auf stopwatchingus.info und demonstrare.de. Spie und Reisen, besser geht's nicht.